Kaum zu glauben, aber in München und bei Tim Trift gibt es auch Südstaaten-Rocker. Musik 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 Lustig geht es also bei uns in die nächste Runde. Und was würde zu Heiterkeit besser passen als die Karnevalstruppe schlechthin? Die Höhner. Da man unter Musikern ja zusammenhält, bringe ich den Jungs gerade noch was Backstage. Und zwar einen Teil der Bühnen-Garderobe und ihre Sender. Was es damit genauer auf sich hat, erfährst du bei Tim Trift. Hallo? Hallo? Schön euch zu sehen. Bis bald bei Tim Trift. Tim Trift.